Wer ist denn das jetzt? Wer seid denn ihr? Ich bin Oli. Wer denn da? Ich hab sie alle geholt! Sehr gut. Du Tier, du bist eine verdammte Tiermatze. Hier war doch... Benji, ist Benji schon da? Nee, warte mal. Benji? Oli, hier. Ey, wir müssen da vorlaufen. Nee, nee. Ich war doch schon unterwegs. Benji, hier war doch auch so ein... WB. War hier hinten? Der Bus ist hier ganz vorne, ne? Was? Mein Mini... Der Bus ist gleich hinter dem blauen Zaun. Der Minibus? Hinter dem blauen Zaun ist der, ja. Ah, okay. Wo ist der fünfte Mann? Ach, da. Mein fünfte Mann eiert hier rum. Achso, ich muss erst mal was essen. Benji, wenn du schon vorrennst, dann musst du auch ein bisschen was sagen. Hier zu unserer Linken sehen sie einen schönen Kleinen. Ja, so. Mein Mikro ist wieder abgestürzt, irgendwie. Ich muss das erst mal rein und rausstecken. Hey, du sollst uns... Achso. Hier ist ein schöner Containerplatz. Und hier ist der Bus. Hier ist der Bus. Bus. Hier sehen sie einen Bus. Das Gäste ist und steht da auf dem Kompau? Ja, genau. Ja. Aber wer ist das? Ah, wer ist das? Erkennbar daran, dass es da viele Sitze hat. Einen noch mal. Sehr schön, Benji. Sehr gut gemacht. Und die zwei anderen sind ja gleich, wenn du hier reingehst. Ja. Die Tiefgarages sind die gleich in Reihe. Stimmt. Ich habe letztens einen Tipp gekriegt. Der Mod hat sich lange nicht blicken lassen. Ich habe letztens so einen geilen Tipp. Ich hatte ja das Video, wie ich meine Videos schneide und so. Und da habe ich auch erklärt, dass ich es halt immer runterlade. Also nochmal Capture aus meinem Stream. Und da schrieb jemand, probiere es mal mit Google Chrome. Damit macht er es. Ich dachte, das war halt generell das Problem von Twitch, dass es nicht mehr geht, weil die Videos auch keine MP4-Endung mehr haben, sondern nur noch einen Zahlencode. Und da dachte ich, okay, das ist normal. Und da habe ich es dann mit Google Chrome probiert. Ast rein, es geht wieder. Ich kann meine Videos wieder downloaden. Aber es ist so eine Arbeitserleichterung. Ja, ja. Twitch ist scheiße. Twitch ist ein netter Dreck. Ne, das geht ja. Es ist wahrscheinlich ein Firefox-Problem. Wieder so eine interne Firefox-Einstellung, dass die das Video direkt abspielen, statt es runterzuladen. Ich bin hier vorne, am blauen Zaun. Ja, ich habe mich gesehen, Patti. Uli, ist Garage rein? Ja. Müssen wir unten oder unten? Unten, ja. Uli ist natürlich jetzt auf einer ganz anderen Seite. Ne, wir sind doch hier am Uli. Achso. Wir sind doch hier am Uli. Ja, da vorne ist die Rampe und hier kommen wir dann hoch. Okay. Das sind noch Steps, oder? Ich höre nichts. Das ist aber immer hier so krass. Wenn über dir jemand läuft, dann wirst du übelst laut. Ja. Danke, Fleischbänder. Danke dir. Weil theoretisch ist ja jetzt hier oben gleich der Platz, wo du die Goldkötten hinlegen musst, ne? Mhm. Und da waren wir noch zu viel Betrieb. Ja, wir gehen erst mal nach dem anderen Minibus markieren. Ja. Wo denn? Fleischbänder, ich danke dir. Gang weiter vorne, gang weiter vorne. Er läuft da drüben, das ist ja für uns, ja? Bei C durch. Müssen wir durch den Durchbruch durch? Ne. Ne, ne. Wir müssen hier bleiben. Genau. Matze, du bist hier mit dem weißen Pockführer mit dran am Helden. Ja, genau. Kaffee. 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 Danke, Fuchs. Und herzlich willkommen. Danke, Geiser. Bleiben wir gleich hier, würde ich sagen, oder? Matze rennen vor, das ist der hier, der quer steht. Ja, ja, da habe ich jetzt Leuchte drauf. Genau, genau. Das ist schon das blanke Chaos. Ne, wieso? Da ist da vorne, das kommt. Mach hin, da leuchten wir dir sogar den Weg. Leuchten wir heim, Junge. Und dann können wir hier vorrennen. Ja, wir gehen durch den Durchbruch hoch, da haben wir ja die ganzen anderen Quests. Ich würde hier unten in der Garage zum Uli vorlaufen. Stimmt. Da muss ich Matze zuschneiden, Walter. Ich gehe nicht nochmal da oben. Ja. Und ich denke, der Uli ist auch für uns. Willst du die Goldkette da ablegen? Bleist bei einer Tanker. Das können wir doch auch auf dem Rückweg, obwohl wir haben Emmercon Checkpoint als Exit. Das ist eigentlich nicht drückt, wir sind ja hinten gespornen. Mhm. Ja, ja, wir haben ja noch Zeit. Naja, mit fünf Mann da hoch ist ein... Na gut, mir ist es eigentlich relativ hoch. Ich kann hochgehen, also ich kann nur den ersten machen. Wisst ihr, ob jemand da ist? Aber... Wir können auch hier Goshan rein, ne? Das wollen wir ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ne, Uli wollen wir rein. Uli wollen wir rein. Naja, aber wir... Das ist Goshan jetzt. Achso, ihr wollt ja hier oben rein. Ah, okay. Warte mal drüben die Kiste checken. Wo war denn das Feuer, Benji? Sind wir da schon vorbei? Das ist in dem anderen Parkhaus. Achso, ah, okay. Das ist jetzt Goshan und wenn wir dann uns umdrehen, dann sind wir relativ schnell da, wo Matze seine Gold gedönst. Ja, müssen wir am Techno jetzt da... Oh, 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 oh. Ey, du hast keinen Ausdauer in dem Scheißspiel, ne? Seid ihrs? Ja, hör auf. Das haben sie richtig verkackt. Ich bin gerade mal so auf Endurance. Ach. Wohl. Ich hab mich hochgekämpft auf 10. Mittlerweile. Aber das ist echt hart. Da kannst du nur mit der Packer rein oder sowas. Ich gehe jetzt durch die Büros zu euch, ne? Ja. Wir müssen jetzt hier so mit rechts uns halten. Ich bin jetzt bei den Büros. Wir sind bei Uli. Ihr seid bei Uli. Okay, ich bin durch. Warte, ich bin links von dir. Okay. Rechts höre ich Skeps. Wir sind schon da. Ah, Skeps, Skeps. Minus. Okay. Der Schlüsselmeister muss kommen. Ne, der braucht doch das andere Ding. Ich bin ja bei der Info, wo du hin musst. Achso. Muss ja nicht einer hier noch rein. Ne, 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 ne. Ich brauche Part 1. Ich bin doch noch die erste. Die erste. Wo denn, wo denn, wo denn? Und Thomas? Bring mal hier rum. So, ich komme jetzt rein. Ich komme jetzt rein. Das bin ich, der rennt. Hä? Wo? Okay. Ich bin jetzt in den Büros. Du bist außerhalb, außerhalb, oder? Wer ist denn das jetzt? Wer seid denn ihr? Ich bin Olli. Wer rennt da? Wer rennt da? Ich. Bei mir? Gut. Ja, ja, ja. Fünfmal. Wer braucht das Zeug? Äh, ich. Ich, ich. Warte, ich muss hier noch schnell in den Rechnerkopf. Komm mal aus den Büros raus. Also. Ja. Warte jetzt. Ich komme, ich komme, ich komme. Hier. So, und dann hier. Ja, rechts. Die Reden, die Reden. Das ist so synchron. Das war bloß einer, oder? Dann hast du, dann hast du wieder von irgendjemandem was, eine Rückkopplung gehört, oder so. Ja, hatte ich auch. Schön, ey, guck. Ich habe es diesmal nicht gehabt. So, habt ihr es abgeholt? Ja, 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 ja. Okay, dann brauchst du ja noch die anderen, oder? Hat er, glaube ich, schon gehabt. Die anderen hat er schon. Ja, ja, die anderen habe ich schon. Braucht jemand das Rick, dann würde ich das mitnehmen. Geh mit. Nein, nimm alles mit. Ich habe, ich brauche nichts. Ich bin wunschlos glücklich. Bin ich? Oh, Alter, ich bin nicht erschrocken. Bin ich, bin ich, bin ich. So, dann. Coltketten, oder nicht? Ja, die Coltketten. Und Samurai braucht ja sein Buch. Dann müssen wir, glaube ich, hoch, dann in die zweite. Habe ich schon, habe ich schon erledigt. Hast du schon gemacht, Mann? Krasser Typ. Während ihr hier am Palawan wart, habe ich schon alles erledigt. Krass. Ich tipp den Mal, den Sky. Und dann finde ich nachher. So, jetzt gehen wir also die Goldagenda platzieren, oder was? Ja. Jupp, jupp. Das war ja da, wo der Panzer drin stand, oder? Genau, genau. Da, wo der Durchbruch ist, nach unten in der Siebgarage. Keeper. Ach, da vorne, ah, da vorne. Ein Mann ist vorbei, Keeper. Äh, war das? Minus. Oh, ich habe eine Fehlfunktion. Okay, ich komme. Stimmt, noch eins weiter vor und du sagst es. Ja, ich bin hier. Mhm. Oh, schüsse, schüsse. Bin tot, bin tot, bin tot, bin tot. Maaann. Och Mann, das kann doch nicht sein. Von, von oben würde ich sagen. Wer rennt? Seichfuchs. Der Seichfuchs. Nein, von oben sehe ich nichts. Hat einer eine Scheibe eingeschossen von euch? Nein, er ist nicht oben. Ich bin auch tot, aber der ist gehittet. Der kommt jetzt in den Laden rein. Der ist extrem gehittet. Wo seid ihr? Irgendwie über Bücherladen, ne? Ich bin gegen rechts von Matze. Einen habe ich weggemacht. Hier läuft noch einer. Schnappe. 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 Da ist noch draußen, Matze. Ja. Seid ihr beide drin? Ja. Ja. Auf der Schwerfone-Granate irgendwie? Ja, okay. Aber auch so. Sonst hätte ich ihn bekommen. Schade. Wo bist du hin? Ich bin ja hinten noch am anderen Eingang. Schade, schade, schade. Grund liegt hier. Ja, rennt. Niemand. Na gut. Ach, Mensch. Scheiße, Mama. Ja. Auf jeden Fall zwei, oder? Ja. Auch übrig. Ach so, zwei übrig. Ich weiß nicht. Einen habe ich, glaube ich, weggemerdert. Es kam gerade Schüsse von links und einen außer rechts. Er war gerade, oder? Also da, wo Matze ist, da habe ich den einen gehittet gehabt. Hört ihr mich? Links bin ich. Okay. Die Schüsse von links war ich. Ach so, du bist in einem anderen Raum. Was machst du? Nee, ich bin noch draußen auf dem Flur. Einen habe ich erledigt. Das war ein Scaf-Player. Der kam von oben runter. Und einer ist bei euch rumgerannt. Ist aber nicht mehr auf meiner Seite sichtbar. Aber einen habe ich erschossen. Ja, aber es war trotzdem noch einer. Ah, der kam gerade hoch. Der kam gerade die Dings hoch. Die, die... Wacht schon, wie heißt's? Warte. Jo, Step. Der Busbruch. Läuft rüber ins andere. Also ist geradeaus den Gang lang gelaufen. Wie ist du? Nee, es macht R. Einen? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Oh. hat der die geworfen ich werfe benji du knirschelst ja ich bin trotzdem auf glas gelaufen und du leuchtest noch oder sind wir jetzt eigentlich schon wo ich die gold ketten platzieren muss ja wo muss ich die hinpacken nachbar laden glaube ich also auf diesen das auf jeden fall auf diesen das ist nicht da ungefähr der raum oder panzer drin steht doch das sind so betten da musst du die drauflegen oder drunter legen er rennt was ich wurde beschossen okay ich bin jetzt neben euch drin du bist da rein gerannt ist ungefähr wo ist ich weiß ja nicht wer hier rennt jetzt rennt keiner gerade eben bin ich gelaufen ich bin beim rasmussen gegenüber du bist auch aus der hütte raus hier benji ich bin noch an genau am ladeneingang okay ich bin an dem anderen ich bin an dem eingang gegenüber von thomas du hast da kommt einer hörst du immer noch welche ne das war ich bin genau neben dir komm jetzt zu dir rein gut ich bin gleich an dem pappkarton sinken oh da hat auf dich geschossen ne ach ich bin tot scheiße der ist hinter dieser trennwand also wenn du den durchbruch siehst ja wo es runter geht zum parkhaus da ist so ne plaster wand davor oder irgendwie so so ein bauzaug mit okay also auf derselben ebene da war der dahinter also gehen wir noch mal rein links vom rasmussen mach wenn du auf schon einen ruhig outs up shut the fuck up hora in Es sind zwei, einer von links, einer von rechts. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich bin zurück. Über jeden. Ich habe sie alle geholt. Sehr gut. Du Tier, du bist eine verdammte Tier, Matze. Was der Typ, Mann. Alter. Da vorne quacht nicht noch so ein Skeftum voll. Jetzt muss ich mich erstmal kurz zusammenflicken. Dieses Beschimpfen, naja. Sollen sie von mir aus die Schnauze aufreißen. Wer hat sie beschimpft? Ja, die machen davon immer ihre Calls hier drin. Ja, die Spieler. Ja, ja. Womit sollte ich mich dann beeindrucken. Geil! Matze, du bist mein heutiger Held. Danke, danke. Nein, nein. Übertreib es nicht, nachher glaubt er es auch noch. Das ist so. Das Licht ist schon wieder so kalt. Sie ist die Anwund selbst. Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit. Und überhaupt noch mehr nicht. Ey, das gibt es doch nicht. Das Gaff, er wollte einfach nicht sterben. Alter, später. Zitter. Komplett die Magazine leer geballert. Ja, jetzt hast du ja Mapwipe gemacht. Jetzt kannst du es ja nur wissen. Na, wir waren fünf. Das waren drei. Ja, ich hab den Mapwipe. Das heiße ich mir die beste. Höchstens ein Mapreset. Das habe ich auch schon mal hier. Das ist ein Modewort von den ganzen Schlauchkopf. Ich habe den Mapgeweibed. Ich habe den Mapgeweibed. Mapwipe bedeutet, dass du quasi den Typen so raus schickst. Dass er noch nicht mal mehr seine Gehe hat. Also gar keine Gehe macht, dass er bei Null anfängt. Wenn, dann hast du höchstens den Mapresettet. Das nervt mich so sehr auch, das ist ja so ein Modewort von Maya, wie alle heißen, geworden. Ich habe geweibed. Ich habe, nee, du hast nicht geweibed. Du hast höchstens resettet. Wobei du ja eigentlich gar nicht weißt, wie viele Leute auf dem Map sind. Deshalb kannst du noch mit gewisser Sicherheit sagen. Samurai, ich bin aber immer noch im Recht. Bist du schon fertig, oder was? Ich muss erst mal nachstacken. Dann muss ich mich flicken und dann muss ich raus. Ach so, die Goldketten muss ich ja noch platzieren. Endlich mal richtige Action. Du sagst es, Bleispender. Mann, das war ja in letzter Zeit. Ey, das hat... Es konnte irgendwie nicht mehr sein. Ich habe keine Kills mehr gemacht. Mann, das war halt nicht... Ging mir richtig auf den Keks. Der andere Skiff... Wo ist denn der andere Typ? Ach komm, drauf geschissen. Ich muss mein Zeug... Und ich muss ja eigentlich noch... Wegbringen! ...die Ketten platzieren. Aber ich... Nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Die gehen doch eh gleich wieder rein. Ja. Alter! Hat er damit schon gelootet? Da ist sie. Hintere Seite, Matze. Haben die beiden Toten da gerade Sex gehabt? Oder was? Übereinander gestapelt. War das so ein schwarzer Helm mit Frontvisier? Ja. Hat er damit schon gelootet oder was? Der Typ? Sah so aus dann, oder? Die waren gierig. Geil, ja. Mhm. Einbruch. Direkt nochmal anschießen. Matze, dann pack da deine 1-Slot-Items nach unten, dass du immer noch Magazin wechseln kannst, dass du sie nicht wegschmeißt. Du sagst das. Oh, am M-R kommt noch mal geschossen. Außer links musst du dann. Mhm. Da vorne bejacken sich noch welche. Ja, pass auf. Jetzt knallt mich hier ein Exit-Camper ab, Alter. Hat er schön die Spiegelung und dann fängt die Spiegelung in den Füchsen. Mhm. Du musst auch noch anhaben schalten. Nee, das ist nur bei PS, Matze. Ja, aber wenn es regnet, sieht es noch nicht mal gut aus, weil dann fangen an, die Blätter zu spiegeln. Mhm. Das ist dann totale Scheiße, ne? Das ist nicht. Ich liebe es geil. Was für ein Stream ist es geil? Ja, das ist so, wie es aussieht, finde ich. Ja. Kannst du es gut angucken. Naja, wobei... Im Augenblick war es ein Video. Klar, wenn du es hoch auflösen kannst, streamen kannst. Ich weiß nicht, Matze, bist du schon ein Partner, ne? Nee. Warte mal, ich muss mal gucken, was die Posten auflösen sind. Mit meinen nicht mal 300 Abonnenten oder Followern. Ja, also bei der, bei der Dings lohnt sich das nicht. Bei der, bei der Auflösung, die du machst. Wenn du Partner bist und du eine höhere Auflösung hast, dann... Du hast keine höhere Auflösung, du hast höchstens eine höhere... Eventuell, möglicherweise, man weiß es ja nicht genau, eine höhere Bitrate. Ja, ja, genau. Also die, äh, die bieten dir quasi... Wobei das auch, da wird ja immer kontrovers diskutiert, ne? Die einen sagen ja, das ist gut, weil es gut aussieht. Die anderen sagen, naja, viele, viele Zuschauer schauen von ihren Handys aus. Und dann können die das nicht streamen, und so weiter. Also das kann dir auch so ein Nachverkehr werden, und so weiter. Okay, diese ganzen Wachen, also nicht so viel, wie man denkt. Leider, leider, leider. Es zwitscht ein bisschen schulst, ne? Mann! Die können mir nicht sagen, dass es an Server-Kapazitäten... Sei mal ruhig, sei mal ruhig, Mann! Ich laufe hier um mein Leben, da war eine UMP oder irgendwas, hat noch geschossen, da muss noch ein Spieler... Scheiße! Mann, ich bin doch noch im Welt, Junge! Und der Mann, wenn der stirbt, muss die Fresse extra totschlagen. Ich muss hier hören auf Steps und alles. Hier schießen sie rechts und links auf mich. Und Samurai... Ungebrochen. Ich würde schon gerne ein Hai rauskommen auch. So, ich kann's nicht ändern mit der Auflösung, ich, ähm, mit der Qualität, das ist, wie es ist, ähm... Nein, nein, du kannst es auch nicht ändern, das ist ja nicht dein Problem, das ist ein Twitch-Problem. Oh, mein Dings ist fertig. Äh, hab ich doch bloß zwei Spieler erschossen. Da war das eigentlich ein Skeff-Spieler, oder was? Ja. Da kam noch mit dem Kupen rein, oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020